Lange Sandstrände und viel Natur machen Arugam Bay sonst zu einem traumhaften Urlaubsparadies. Nun warnt jedoch das Auswärtige Amt auf seiner Webseite vor Reisen in die touristische Region im Osten Sri Lankas. Außerdem redet es dazu, die Region schnellstmöglich zu verlassen. Es liegen Hinweise zu möglichen Anschlägen auf touristische Ziele in und um Arugam Bay vor, heißt es. Sicherheitsbehörden führten derzeit bereits vermehrt Kontrollen durch und das nicht nur in und um Arugam Bay, sondern auch in anderen Landesteilen von Sri Lanka und vor allem touristischen Regionen. Dadurch könne es zu Straßen- und Ausgangssperren kommen, teilte das Auswärtige Amt mit. Reisende sollen besonders vorsichtig sein, dass Gelte an belebten Orten, bei unvorhergesehenen Ereignissen, beim Besuch von Einrichtungen mit internationalem Publikumsverkehr sowie an bekannten Treffpunkten von Ausländerinnen und Ausländern, so die Sicherheitsbehörde. Seit größeren Protesten 2022 wurden die Sicherheitsvorkehrungen in Sri Lanka deutlich erhöht und die Präsenz von Sicherheitskräften landesweit verstärkt. Auch am Flughafen gelten seitdem verstärkte Sicherheitsvorkehrungen. Terroristische Anschläge könnten jedoch nicht ausgeschlossen werden, schreibt das Auswärtige Amt. Hinzu kommen die für den 14. November 2024 angekündigte Neuwahl des aufgelösten Parlaments sowie damit verbundene Wahlkampfveranstaltungen, in deren Umfeld besondere Aufmerksamkeit empfohlen wird.